Afrikas Böden sind bedroht. Dürre, Überbevölkerung und Bodenerosion sind in Äthiopien immer wieder Auslöser für Hungerkatastrophen. Nur Ahmed ist Farmer. Wie 80 Prozent der Menschen lebt er vom Ertrag seiner Felder. Ahmed musste seine Heimat verlassen, da die Böden unfruchtbar geworden waren. Heute vertraut er den Beratern von Menschen für Menschen. Dieses Jahr hatten wir zum ersten Mal eine gute Ernte. Das lag an Menschen für Menschen. Sie haben uns mit Saatgut geholfen und sie haben uns gezeigt, wie wir das Land bestellen müssen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017